Jamal Shahi Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Das heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Du musst Jamal finden und eliminieren. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Also jetzt würde mich mal interessieren, was in der Aufnahme lauter ist. Das Motorrad, was gerade hier durch die Straße gefahren ist, oder der Hubschrauber, den man jetzt gehört hat. Ja, das Motorrad war laut. Also ich habe sehr laut gehört. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Aber es passt so dazu. Pass gut auf dich auf, Jordi. Okay, ich will nicht, dass dir was passiert. Na, komm. Das war so klar. Tsch, tsch, tsch. Wir haben noch Zeit, bevor es losgeht, oder? Okay. Er hat jetzt 100 Pro das Gleiche gedacht, wie ich. Hm. Viel Glück, Jordi. Nein, ich bleibe hier drin. Fliegt immer weiter. Fliegt immer weiter. Rampo sah irgendwie eleganter aus. Kein direkter Kontakt mit dem Feind. Keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind, eigentlich. Den Boden kannst du doch steuern, oder? Nein, kann man nicht. Doch, da war ein Punkt dran. Nein, ich kann nicht stoppen. Ich komme nicht weiter hin. Also, da war eben weißer Punkt dran. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Da, da, da. Kannst du jetzt vorgehen? Der ist auf der anderen Seite. Links, links ist der, aber... Du musst hinter den kommen, irgendwie. Der läuft irgendwie irgendwo so will. Ich weiß gar nicht. Und jetzt kannst du ihn aber überwältigen, glaube ich. Aber so sollst du ja nicht, oder so. Mach ich aber. Ja, das ist der Chuttle's Ninja-Proof. Wie die da läuft. Aber wo soll ich hin? Wahrscheinlich ins Gebäude. Weil da in Süd ist, oder? Aber... Vielleicht solltest du mich gucken lassen vorher. Ich kann nicht scherz, das ist der Kuhn rauskauen. Kann ich mal in die Richtung gucken, wo die hier läuft? Wo muss ich denn hin? Ja, das ist jetzt irgendwie ganz unlogisch gerade. Kommst du nicht um die Ecke gehen einfach? Hallo! Soll ich die gedrücktheiten oder was? Nicht drücken? Geil, bin ich hier irgendwo im Klo oder was? Du bist eingeschlossen. Geh es doch mal. Wo muss ich denn hin? Du musst da raus, durch die Wand, denk ich mal. Kommst aber nicht. Ne. Hä? Du brauchst Hilfe. Sieh dich mal um. Oh, da hängt einer. Ja. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel. Das ist hier. Vielleicht fällt dir was ein. Ja, der hing hier oben. Guck mal. Können wir da irgendwas machen mit dem? Was ist das hier? Ne. Ja. Okay. Das ist toll. Los, gehen wir. Was ist das? Ne. Ja, wir sollten es gehen, ey. Ich wäre jetzt komplett woanders hingelaufen, aber okay, wenn sie jetzt da hingehen. Ja. Also irgendwas auf dem Dach und immer. Gibt es auch einfach gegenüber auf der Straße laufen können, ne? Ja. Ob man auf dem Dach war irgendwas, ne? Oh. Oh. Was willst du da was machen mit dem Dach? Es sind vier. Okay. Ich denke mal, ich muss mich da irgendwie vorbeischleichen. Ja, aber vielleicht kann ich Ablenkung machen. Irgendeine Ablenkung hier hinten. Ist hier irgendwas? Ne. Hm. Ist man da hin? Nein. Kannst du denn da entlang schleichen? Geht das da? Ne, der ist zu niedrig. Die sehen dich da. Weiß ich. Ich muss erstmal da hinlaufen. Oder auf der anderen Seite hier. Aber da sind auch welche noch. Ne. Hm. Probier mal. Aber es könnte... Ach, da kannst du noch? Vielleicht kann ich dann irgendwie noch was machen. Ne, jetzt sollst du riechen. Ah, okay. Vielleicht jetzt, dass sie aufgeschreckt sind oder so. Toll. Ich sehe jetzt hier nichts. Ich weiß nicht, ob der jetzt neben mir herkommt oder so. Geil. Also ich kann hier nichts sehen. Ich bleib mal eben kurz hier. Also die hast du nicht mehr. Aber hier... Oh. Hier vorne ist... Jetzt ist die Frage, ist da jetzt irgendjemand oder muss ich da komplett vorbeischleichen? Ja, den meine ich nicht. Ne, da ist kein... Du kannst hier die Deckung wieder nutzen. Guck mal da. Ist auch nichts. Hier um die Ecke. Da ist einer. Achso. Okay, an dem kommst du nicht vorbei, Leute. Kann ich dem... Aber komm erstmal... Pass auf, dann geh du erstmal zu der Deckung da. Ja, aber wo muss ich hin? Muss ich bei einem Typen wahrscheinlich vorbei, ne? Ja, ja, ich denke schon. Aber du kannst, glaube ich, wieder in Deckung gehen. Also... Achtung! Wow. Okay. Jetzt... Hallo! Hä? Ich glaube, jetzt kannst du ihn... den angreifen, oder? Ja, ja. Das müssen wir beeilen. Hm. Ja, aber das kann ich irgendwie nicht. Wie, du kannst nicht gehen? Kannst du C machen? Ja, wenn ich C drücke, dann geht sie aus der Deckung raus. Ja, soll sie ja auch. Die soll ja rausgehen. Und dann zu dem hin. Ja, super, danke. Ja, super, danke. Ah, scheiße. Ich hab jetzt alle drei richtig gemacht. Ist echt toll gelaufen. Vielleicht sollte das so sein, weil ich jetzt auch eingreifen musste. Dass das gar nicht anders gemacht wird. Oder... ...machen kannst. Ja, ich weiß. Auf der anderen Seite. Hä? Wohin denn? Was ist das denn? Das war eine Frau mit dem Kind, glaube ich, oder was war das? Das sah so ein bisschen aus wie Batman. Hm? Da ist das Hotel auf jeden Fall. Oh, wow. Oh. 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 Oh, ich hab alle drei in der richtigen Richtung. Ja, jetzt sind es vier. Trotzdem kriegt er das nicht hin. Das ist genau wie beim Training. Ja, ich denke mal, weil ich auch was machen soll. Es wird automatisch auf mich umgeschaltet. Wenn du liegst. Ja, ja, mit dem Liegen, ja. Das ist ja auch noch okay, aber... Ich meine, wir müssten aufs Dach irgendwie, oder nicht? Kann ich mal nach links gehen? Das Senaki Hotel. Hallo? Könnt ihr das Zeh machen? So. Oh, da ist einer. So. Hier ist irgendwas... Die sind so... Da kann ich nichts mehr machen, ne? Ja, vielleicht später oder so. Aber hier oben ist jetzt keiner... Vielleicht... Nee, du musst da... Was ist jetzt mit den Chippen da unten? Warte mal, da kann ich mal kurz rum? Aber du musst irgendwas machen, glaube ich. Hä? Hast du ihn jetzt vernommen? Nein, nein, aber wieso konnte ich ihn jetzt nicht... Ich konnte ihn jetzt nicht umbringen oder irgendwas machen. Wieso machen? Wollen wir das mal machen? Okay. Ist er jetzt weg? Klang jetzt eher wie eine Käfersorte oder so. Ja. Geile Einstellung. Sie sind weg. Das haben wir schon festgestellt. Die Sonnen im Hintergrund. Hallo. Wie hat denn hier. Das ist verrückt. There ist eine tray. Die Säme sind weg. Ja? Die Säme sind weg. Das ist ein Problem. Die Säme sind weggebracht. Die Säme sind weggebracht. Das ist weggebracht. Die Säme sind weggebracht. Das ist weggebracht. Gemalt. Er war hier Da hast du noch was? Ja, genau Oh Mann, was ist das immer? Wieso geht das jetzt nicht? Mann, jetzt geht er runter, ey. Ist der überhaupt hochgegangen? Das ist eine komische Zuckung im Gesicht, warte Ja, wo ein blutverschrittes Hemd ist Nein Ja, ihr Lieben Leider hatten wir technische Probleme Und deswegen mussten wir jetzt noch mal bis hierhin spielen Aber ich blende das jetzt einfach so ein, dass es für euch quasi nahtlos übergeht Wobei ich mir nicht sicher bin Ich glaube, hier ist der abgebrochen Ball Ja, hier ist er abgestürzt Also ich hoffe mal, dass es jetzt nicht wieder passiert Also, aber es sieht besser aus Ja stimmt, die Erinnerung haben wir definitiv nicht gesehen Eine Ruine? Nein Sie sind bei einer Kathedrale Da ist einer in der Nähe Die sollten wir leicht finden Ja, leicht finden Das ist aber auch nicht leicht hinkommen, ne? Ähm, war da nicht noch was? Ich kann mich daran erinnern, dass, wo wir reingekommen sind Eigentlich noch was am Leuchten war, oder nicht? Ne, das waren die Teile Also mehr habe ich nicht gesehen Kein Fürchtes? Doch, Moment, hier ist noch was Hallo Oder? Ach doch! Doch stimmt, hast recht Hast gut aufgepasst Ich nicht So, also, wir müssen zu der Kathedrale da hinten Komm, beweg dich mal Achso, die kann ja nicht laufen, ne? Ne Ja, ich finde das so ätzend Schleichst du da mal so rum? So, wo waren die Kathedrale? In der Richtung Oh, pass auf, da hinten steht einer, ne? Äh, ne Links, schau mal nach links Auch bei den Männern da? Achso, ja, stimmt da gerade aus Pass auf, da sind welche, ne? Ach, hast du noch gesagt, da steht einer Ja, aber es scheint stehen mehr Hallo, du sollst dich auf die andere Seite Sag mal, bist du dumm, oder was? Ach, du musst da hoch, die Leiter hoch So, dann guck mal, ob wir dich vorbeischleichen Ja, du sollte eigentlich hier in Deckung gehen Aber das ist zu blöd, da ranzugehen Da, schon wieder, dann geht die mal woanders hin Ja, du sollst wohl da rüber, irgendwie Ja, gut, dann laufen wir einfach durch die Leute durch Ach, wo läuft sie denn jetzt hin? Sie soll zu der Leiter Mädel Einfach in die Richtung Sag mal Du läufst Richtung Leiter Ich kann doch nicht zu den Typen jetzt hinlaufen Oder muss ich dich jetzt hier Sag mal Die läuft immer wieder weg Ja Vielleicht muss ich die ablenken, irgendwie Aber hier ist nichts zum Ablenken Vielleicht hier hinten irgendwo Wieso ist der nämlich so dumm, um da hinzugehen? Also normalerweise... Ich mein, ist schon klar, dass der eine die wahrscheinlich sieht, aber... Achso, der hier könnte die sehen, ne? Ja, den könnte ich auch theoretisch noch lautlos ausschalten Aber das Problem ist, das sehen die anderen doch Also normal müsste die das sehen Aber vielleicht musst du es wirklich machen Ja Ja, du musst es machen Okay Und jetzt kannst du, glaube ich, darüber Genau Ja, ja Na gut, aber warum die dann zu dumm ist, da hinzulaufen die ganze Zeit Dann in die andere Richtung, da Das war irgendwie seltsam Ja Ne, ich kann den nicht machen Ja, dann geh raus Ich muss den machen Wieso macht ihr das nicht? Das ist mein schöner Griff Das kommt drauf an, er ist gestorben, darfst du nicht vergessen Ja, ja gut, ich hatte jetzt andere Gedanken dazu Ja, ja, das ist mir schon klar Okay, da unten sind welche Sie will nicht nach rechts gucken, das ist grad mein Problem Aber hier ist anscheinend noch nichts Ach so, da kann man drüber Wow Ich fühle mich jetzt erschrocken Ich auch Das fällt hier gleich runter, wenn die so weiterläuft Äh, ja geil Ach so, diese Kameraperspektiven, die sind so für'n Arsch, ne? Da runter musst du, du musst da runter Äh, ja, so geht's auch Ach, das war ein Angriff So, Mädel, wohin denn hier, wo ist denn die Kathedrale, ist es das hier? Ja, du musst wahrscheinlich hinter, aber er muss aufpassen, das ist ja Ich kann ihn hier aber nicht verstecken Warte mal, kannst du da irgendwas sehen? Ja, ich kann ihn, ich kann ihn machen Guck mal eben, ob da noch irgendjemand war, aber ich meine nicht, ne? Nee, das ist auch zu weit weg schon Wenn ich zu weit weggehe, dann verschwimmt das alles, ich kann nicht so weit von dir weg Man läuft doch einfach geradeaus Ich weiß, das ist schwer, wenn man nur die Falltaste nach oben drückt, dass du dann auch wirklich in die richtige Richtung läufst, aber Aber ist das nicht... Wo waren die jetzt? Ist das hell? Äh, hinten steht auch noch einer, ja, die sieht mich also gar nicht Aber ist das nicht die... Nee, das ist nicht die Kathedrale, ne? Ich glaube irgendwie... Ich meine nicht Nee, nee, das sieht anders aus Obwohl da die, doch, das könnte die Kirche sein, da vorne So vom Gebäude, kannst du nach oben gucken, ne? Nee, das ist das Problem, aber das geht auch nicht so hoch Ja, aber geh mal zu dem Feuer... Ja, aber wenn ich jetzt falsch gehe, dann geht's ja sowieso woanders hin, oder? Ich meine, du kannst eh nur da hingehen Oh, Achtung Der guckt doof hier hin, der wird dich entdecken, der entdeckt dich, pass auf Ja, aber da ist C Ja, siehste, der hat dich gesehen Gib mir mal Oh! Nein! Jetzt musste ich mir mal selber den Arsch retten Ich glaub, das war auch so gewollt Naja, eigentlich solltest du ihn ablenken, aber vielleicht hättest du ihn ablenken müssen, bevor ich nach hier gekommen wäre, das weiß ich jetzt nicht Ja, es war ziemlich knapp, weil er hätte dich da gesehen schon, also Da hinten sind welche Aber das hört sich so wie links an, als wenn die links werden, von meinen Geräuschen Passt Passt Oh, Jamero, ok Was jetzt? Ach, der soll den anderen... Achso, das andere sind Opfer. Nee, der soll den doch nicht erschießen. Nee, die wollten die erschießen. Nee, ich hab jetzt gedacht, du musst den übernehmen und musst den anderen überschießen. Genau. Erschießen oder sowas. Warte mal, wo ist der andere, was da ist? Ah, der ist weg. Nee, da hinten sind die noch. Vielleicht muss ich da noch mal gucken. Was macht die jetzt? Soll ich noch mal schauen? Aber das sind nur noch die, die sie erschießen wollten. Nee, nee, der andere Typ ist weg. Also anscheinend... Nee. Aber bei denen kann ich nicht vorbei, oder? Doch, warum nicht? Also anders gesagt, wo muss ich da vorbei? Also entweder links oder rechts, aber ich glaube, bei denen ist nichts mehr. Doch, da ist eine Leiter hier. Kannst du die Leiter hoch? Nee. Dazu dehnen kannst du auch nicht. In das Haus rein geht's auch nicht, oder? Nee. Dann musst du da runter, ja. Aber pass auf, da können welche sein. Da hinten ist ein... Oh, da sind mehrere. Die bewegt sich aber auch nie, ne? Die soll mal in Deckung gehen. So, ein bisschen nah dran. Vielleicht kannst du da noch irgendwas machen. Den kannst du übernehmen, oder? Ist so groß? Ja. Ja, jetzt komm ich nicht mehr hin. Ja, gut. Aber du kannst jetzt vorbei, weil die ja weg sind. Wow, jetzt rutscht sie da rum. Das machst du schon die ganze Zeit. Ja. Das ist, glaube ich, die Kathedrale. Da vorne, ja, ja. Ja, okay, ich dachte, der guckt jetzt nach mir. Dass er den ablehnen muss. Nee, dann lass mich eventuell immer laufen. Ja, da musst du nur aufpassen, ne? Also, da rüber musst du gucken. Die schießen aber grad, von daher. Na ja, die gucken aber in deine Richtung, ne? Die würden dich wahrscheinlich sehen. Jetzt vielleicht nicht mehr. Warte mal, ist da wirklich nichts, dass du da... Ja, das Problem ist, die kann nicht... Aber die könnten bedingsten, aber... Hä, was macht der jetzt hier? Hallo. Also, ich kann nichts... Da hinten ist noch einer hinter dem Fahrzeug. In dem Fahrzeug kann ich auch nichts machen. Nee. Da ist noch ein Fass, das kann ich aber auch nicht... Nee. Also, ablenken muss ich hier anscheinend nicht, sonst... Okay. Die Kathedrale. Von wo aus habe ich sie in meiner Vision gesehen? Okay, die fahren jetzt weg. Sie waren hier. Ja. Ja. Wenn euch das nicht rauskommt. Ja.